Hi. Hi. Boah, krasser Flur. Ja, komm rein. Das ist meine neue Wohnung. Die hab ich zum 18. Geburtstag gekriegt. Zehn Zimmer für eine Person. Sorry, Mama. Aber ich hab hier noch einen 20. Geburtstag und dann krieg ich vielleicht eine coolere Wohnung. Und du wohnst hier alleine? Ähm, ja. Also Platz für mehr ist hier, glaub ich, auch nicht. Eins. Zwei. Warum hast du dann drei Schlafzimmer? Darf ich mal fragen, was dein scheiß Problem ist? Willst du mir irgendwas sagen oder so? Also ich weiß nicht, bist du irgendwie neidisch oder so? Gönnst du's mir doch einfach nicht? Das ist was ganz Normales. So was sollte jeder von seinen Eltern mal bekommen. Also ich weiß nicht, das ist ja jetzt nicht normal. So, vielleicht bist du auch einfach reich. Was? Also nächstes Mal passt du besser auf, was du von dir gibst, weil ich find reich ist ein bisschen übertrieben.